Gut, die Woche vom Tisch. 10.02.2010. Sonderausgabe. GroKo. Das GroKo. Es ist geschafft. Es ist endlich geschafft. Deutschland hat eine neue Regierung. So scheint es zumindest. Denn der SPD-Mitgliederentscheid steht noch aus. Und die Mitglieder der SPD könnten tatsächlich noch das Zustandekommen der neuen deutschen Regierung verhindern. Zumindest wenn dies deutsche Gerichte und deutsche Demokratie erlauben. Nach fehlgeschlagenen Verhandlungen mit den Grünen auf gefühlt sandigem Boden und Meckereien aus der blauen und der rosaroten Ecke will die deutsche Kanzlerin aber endlich mit den roten Roten an einem gemeinsamen Strang ziehen, um einen hohen Preis. Kritiker schrieben von der Selbstaufgabe der Kanzlerin. Nikolaus Blume zischelt, dass Merkel trotzdem nahe gab, zeigt die Erosion ihrer Macht. Nur ans Ziel kommen, egal wie. Und sieht das Fazit, wenn jemand vor einem Mitgliederentscheid in der eigenen Partei jetzt Angst haben müsste, es wäre Angela Merkel selbst. Profiteure sind andere. Die Flinten-Uschi präsentiert ihre Qualitäten weiterhin starken, einsamen, kampfbereiten Wehrmännchen. Der alte Urbayer vermittelt deutschen Neubürgern die bayerische Gastfreundschaft. Am maroden Bild und Systeme darf ein altgedienter CDU-Mann weitere Einsparmöglichkeiten finden. Die schicke Dame hinter Merkel vergnügt sich zwischen Rindermast, Eintagsküken und Schweinepest. Die Sozialdemokraten pflücken mit Eva weiter an ihrem Hartz IV-Modell. Der Merkel-Freund, der nie mit ihr zusammenarbeiten würde, stimmt der Vereinigung zu, wenn er nach Europa nun die ganze Welt bekommt. Ein blauer Hansejad beweist als Finanzminister, dass die hohe Verschuldung Hamburgs nicht an ihm liegt. Der nicht vor Beliebtheitschwergewichtige Sigmar Gabriel sieht, in Vergessenheit geraten, seinem Karriereende entgegen und rechnet mit seiner sozialdemokratischen Roten Volkspartei ab. Friedrich Merz ergeht es ähnlich. Der Widerstand gegen Frau Bundeskanzlerin Mutti Angela Merkel wächst. Öffentliche Aufrufe zum Widerstand sind zu vernehmen. Bei Ministerposten und Regierungsvertrag gewann die SPD. Trotz Wahlniederlage. Als geheimer Sieger gilt Bayer Husti von der CSU. Das scheinen schwere Jahre für das altgediente Mütterchen zu werden.